Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Update-Video. Ja, Bitcoin bei 23.112 US-Dollar. Wenig Veränderung, Pol hat ein bisschen Bewegung gestern reingebracht. Was er gesagt hat, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Video anschauen. Außerdem Blick auf Ethereum werden und heute Abend schon mal kleiner Reminder um 19 Uhr Livestream. Doch bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinschauen, und wenn ihr Bock habt auf Signale oder sonstiges, kommt da gerne rein. Link wie immer unten in der Videobeschreibung bzw. in der Kommentarspalte. So, und jetzt muss ich ein bisschen durchziehen, weil ich habe gerade schon mal eine Aufnahme gemacht und habe gemerkt, dass Mikro ist aus. Jo, passiert. Deswegen ziehen wir jetzt ein bisschen durch. Also momentan bei 23.100 US-Dollar. Wir sehen hier so einen kleinen Abverkauf im Laufe des heutigen Tages und hier diese zwei schönen Candles. Das hat gestern Pole verursacht. Was hat der FED-Vorsitzende gestern genau gesagt? Im Endeffekt hat er erst positiv gesagt, die Maßnahmen wirken und dann gegen Ende hat er gemeint, durch diese starken Zahlen, die eben rausgekommen sind, also durch diese starken NFP-Zahlungen, wo wir letzte Woche Freitag schon mal drüber gesprochen haben, ist die Möglichkeit da, dass wir noch mal höhere Zinsen sehen. Und das ist der Punkt, den ich letzte Woche eben auch schon mal besprochen habe oder euch darauf hingewiesen habe, dass die Möglichkeit sehr stark besteht, dass wir eben anstatt diesen 5%, diese 5,25% sehen, weil die Zahlen oder der Arbeitsmarkt eben der FED nicht gefällt. Die FED will, dass alle Menschen arbeitslos sind, dass jedem beschissen geht und das will die FED. Und genau das wollen sie eben mit den höheren Zinsen bezwecken. Also das war dann nochmal dieser kleine Dämpfer. Aber charttechnisch, muss man auch dazu sagen, haben wir das Level perfekt abgeholt. Wir zoomen hier mal ganz kurz ran. Ihr seht hier die Ineffizienz, wo wir gestern eingezeichnet haben, wurde auf den Dollar genau fast gefischt. Leider kein Short-Setup gemacht zu der Zeit. Also ich war da ein bisschen spät dran. Das tut mir leid, Leute. Wäre eigentlich perfekt hier in diesem Level gewesen. Aber gut, man soll nicht drüber streiten, weil übergeordnet befinden wir uns in einem Up-Trend. Wir haben diese Lows hier, wo wir drüber gesprochen haben, nicht rausgenommen mit Schlusskurs. Nicht mal Pole hat es geschafft, diese Kerze hier drunter zu schließen. Also man muss schon sagen, der Trend ist weiterhin intakt und deswegen spricht auch momentan einfach nichts dafür, dass wir hier irgendwie in einen Short reingehen sollten. Also ich bitte, Leute, lasst die Finger vom Short-Hebel momentan noch, bis wir wirklich ein Signal haben, dass es hier einen Short geben sollte. Kurzfristig sage ich mal hier das Golden Pocket von unserem Low, was Pole verursacht bis zu unserem High, dann heute Nacht, haben wir das Golden Pocket noch nicht ganz erreicht. Das heißt, die Chance, dass wir hier nochmal in den Bereich der 23.030 US-Dollar reinkommen, sehr, sehr hoch. Und ihr seht, ich habe ja schon ein kleines Setup vorbereitet mit einem Risk von 0,6%. Für das Volumen, was hier gerade reinkommt, sollte die Candle so schließen. Spricht dann auch für mich, okay, wir gehen hier nochmal, fischen dieses Low, gehen hier ins Golden Pocket und setzen an die Reise. Zumindest zu diesem High hier oben ist zweitlich wirklich viel Volumen. Trotzdem, das High ist das Ziel hier bei den 23.500 US-Dollar. Und dann möchte ich aber auch ein Higher High sehen. Das heißt, ein Close drüber, kein Wig. Ich möchte ein Close darüber sehen, weil das ist so diese kleine Unstimmigkeit, die wir momentan noch ein bisschen im Markt haben. Wir befinden uns zwar übergeordnet in einem Up-Trend, untergeordnet, also in kleinen Time-Frames seht ihr einerseits hier diesen Down-Trend und hier mit diesem Wig haben wir zwar dieses Hoch hier rausgenommen, aber wir haben kein Close darüber gesehen. Das heißt, technisch gesehen übergeordnet, absolut Bullish, untergeordnet in kleinen Time-Frames sieht es momentan zumindest nicht nach einem Higher High oder nach einem impulsiven Move nach oben hin aus, solange wir dieses Hoch eben hier nicht dauerhaft rausnehmen. Das gilt auf jeden Fall zu beachten. Aber wie gesagt, kurzfristig Long Trade hier in die Region 23.031 sind wir genau beim Golden Pocket und dann den Up-Move nach oben hin mitnehmen. Setup werde ich dann gegebenenfalls noch in die Chart-Analyse beziehungsweise Talk- und Signalgruppe reinposten. Gut, dann gehen wir gleich rüber zu Ethereum. Auch hier sehen wir zur Pole-Rede, Pump and Dump, Ineffizienz gefüllt, auch auf den Dollar genau, wo wir gestern drüber gesprochen haben, hier die 1.677. Auch hier gab es kein Short-Signal. Wie gesagt, ich war da irgendwie komplett auf den Schlauch gestanden, wäre ich perfekt gewesen mit wenig Risk. Schön die Bewegung nach unten hin mitgenommen. Aber gut, was wollen wir mal machen? Momentan konsolidieren wir hier auch in so einem kleinen Downtrend, aber nicht so stark. Wir blicken nochmal rüber zu Bitcoin. Sieht deutlich stärker aus als Ethereum. Und hier sehen wir auch schon wieder diese kleine Trend-Wende. Ich habe es hier auch schon mal eingezeichnet. Ziel ist dieses High. Und dann gucken wir mal, ob hier vielleicht Möglichkeit ist, für einen zumindest kurzfristigen Short reinzugehen. Momentan aber auch würde ich hier nicht in einen Long reingehen. Wir haben nämlich die Reaktion hier eben schon gesehen. Einerseits aus dieser 1-Stunden-Demand-Zone hier in diesem Bereich und eben aus dieser ehemaligen Widerstandszone hier drüben. Das heißt für mich, Ziel jetzt erst einmal die 1.700 US-Dollar. Halten wir uns hier oben stabil, dann ist es positiv. Dann können wir auch noch die 1.715 hier oben rausnehmen. Ansonsten WIG drüber, eindeutiges Short-Signal und dann erst mal abverkaufen. Da müssen wir gucken, wie tief es geht, ob wir dann eventuell hier erst ins Golden Pocket reingehen. Aber, und das ist auch ganz, ganz wichtig zu sagen, auch hier liegt der Trend weiterhin nach oben hin vor. Wir bilden Higher Highs, einerseits hier drüben und natürlich Higher Lows. Und solange gibt es für mich auch hier nichts zu shorten. Wir zeichnen auch hier mal ganz kurz den Trend ein. Dieser ist weiter intakt. Solange dieser nicht nachhaltig gebrochen wird, bin ich hier bullish. Und für alle Chart-Pattern-Liebhaber könnt ihr schon ein bisschen so erkennen, wir bewegen uns hier in einer Art Ascending Triangle, was uns dann zu einem Ausbruchsziel auf jeden Fall hier oben in die Region um 1.800 US-Dollar bringen könnte. Also momentan einfach nichts bearish. Eher weiterhin in die Richtung bullish. Ich würde sagen 70-30. Aber, wie gesagt, das schauen wir uns dann alles heute Abend dann nochmal in deutlich mehr entspannterer Ruhe an, weil ich werde jetzt gleich noch ein Video drehen. Da sage ich dann gleich gegen Ende nochmal was dazu. Und ja, würde ich sagen, nochmal ganz kurz zu den News. Wo haben wir es hier? Gemini und Genesis-Streit beigelegt. Doch ein Problem bleibt. Richtig, sie sind vielleicht zahlungsunfähig. Was für eine Überraschung. Nee, Spaß. Lest euch den Artikel gerne durch bei CryptoGuru oder wie gesagt in der Telegram Talk und Signal Gruppe. Heute Abend 19 Uhr Livestream. Und ich muss jetzt weg, weil ich jetzt dann noch ein Video für euch drehe mit Coin-Tracking, Krypto-Steuern. Eure Fragen werden da drin beantwortet. Das wird jetzt auch nochmal happig. Aber ich freue mich drauf. Kommt dann gegen Freitag wahrscheinlich online, Freitag oder Samstag, je nachdem wie ich es schaffe, das zu schneiden. Gut, damit genug durchgezogen. Wir hören uns später wieder zum Livestream um 19 Uhr. Das war es von meiner Seite. Like da lassen, Abo da lassen und wie immer in die Telegram Talk und Signal Gruppe joinen. Das war es von mir. Bis später. Ciao, ciao. Und wie immer. Steig.